Vieles von dem, was für eine gute Planung in Betracht zu ziehen ist, hängt mit der Auswahl der richtigen, sprich der relevanten Aspekte zusammen. Und auch damit, dass man ein Werkzeug verwendet, das genau diese Aspekte abbilden kann. Grund genug, sich mit einem solchen Werkzeug einmal eingehender zu beschäftigen. Unser Werkzeug heißt Optano und befasst sich von Haus aus mit komplexen Dingen. Durchaus mit sehr komplexen Dingen. Um die richtige Tiefenschärfe in die Betrachtung zu bringen, kümmert sich Optano auch um kleinste Details für die gesamte Planung, sofern sie relevant sind. Wir arbeiten mit mathematischen Optimierungsmethoden. Keine Sorge, es gelingt uns die Mathematik zu verbergen. Die Ergebnisse werden anschaulich visualisiert. Sie schaffen Transparenz und Klarheit in ihren Entscheidungsvorgängen. Man könnte sagen, mit Optano rechnen sie sich nicht nur gute, sondern die besten Chancen aus. Ganz individuell für jedes Projekt in ihrem Unternehmen. Optano startet mit einem Fitnesscheck für ihr Optimierungsprojekt. Im Rahmen ihres Optano-Projekts stellen wir sagenhafte Teams zusammen, die agil zusammenspielen und ein schmackhaftes Ergebnis präsentieren. So gut durchdacht, dass sie schon mal den Champagner kaltstellen können. Und ihr nächstes Optano-Projekt zum Erfolg führen. Ohne hier steht ja. Ohne hier steht. Ohne hier steht. Was ist neu, das muss ich nicht nur oder eine Lichter ähre ist. Das ist eine Lichter ähre ist. Die bedeutet, dass sie auch mal die Welt ¿Unt? Vielen Dank.